Heyo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Buchrezension. Ich hatte es bereits auf Facebook angedroht und jetzt ist es soweit. Total verzockt das Peatsmeat 1x1. Und erstmal sollte ich vielleicht grundlegend erklären, wer Peatsmeat überhaupt ist. Ich denke mal, die meisten meiner Zuschauer wissen das natürlich auswendig, kennen sich da perfekt aus. Aber einfach der Vollständigkeit halber. Peatsmeat ist eine Gruppe von deutschen Let's Playern, ursprünglich 6 Leute, jetzt momentan 5 Leute plus Kollegen. Und die zocken eigentlich so bunt, gemischt, so ziemlich alles. Machen momentan eigentlich nur noch so Mehrspielerkram und so weiter. Haben eine eigene Website, wo sie auch Streams die ganze Zeit laufen haben, wo dann auch öfter mal so ein bisschen Singleplayer-Zeug läuft. Aber insgesamt einfach nur wichtig für euch. Let's Player-Gruppe aus Deutschland, 5 Leute und ja, die machen halt dauernd irgendwelche Battles gegeneinander oder so ein Zeug, also irgendwas in der Form. Und ja, ich schaue die Let's Plays von denen eigentlich seit einiger Zeit, ich weiß nicht genau wie lang, prinzipiell seit die damals Modern Warfare 3 gemacht haben, weil das war gerade, als das Spiel dann raus war, ich selbst gerade angefangen habe, MW3 zu zocken. Und halt ein bisschen Let's Plays dazu gucken wollte und so weiter. Das war auch meine ersten Kontakte damals mit Let's Plays. Und ja, da habe ich eben zufälligerweise Pete's Meet gefunden, bin dann dran hängen geblieben. Ich gucke jetzt nicht jedes Video von denen, nicht jedes Projekt, nicht jeden Tag und so, aber schon noch recht häufig. Und würde mal sagen, abseits davon, dass ich mit so Jahreszahlen und so weiter total scheiße bin, kenne ich mich einigermaßen gut aus. Dann kam halt, wie gesagt, hier dieses Buch raus, was so eine Art humorvolles Sachbuch über Pete's Meet ist. Und da muss man wirklich von Anfang an ganz klar sagen, das richtet sich schon an die Fans. Könnte allerdings für die Leute, die schon lange dabei sind, die, wie ich jetzt eigentlich die meisten Projekte mal gesehen haben, kennengelernt haben und so weiter, die die Best-ofs gucken und so weiter, etwas zu seicht sein. Sprich, ist es eigentlich wenig Neues mit dabei und so weiter. Ihr habt ein paar lustige Infos und so weiter, zu denen ich gleich noch komme, aber grundsätzlich kennen die Leute, die wirklich lange dabei sind, die viel davon angesehen haben und so weiter, kennen so ziemlich, ich würde mal schätzen, 90% des Buches eigentlich schon. Und, also ich weiß nicht, ob ihr das hört, aber da hinten sind so komische Knarzgeräusche. Ich weiß nicht, was es ist, aber es geht mir tierisch auf den Sack gerade. Ja, was zum Beispiel ganz interessant ist, sind so ein paar Sachen wie hier, wo das Equipment ein bisschen erklärt wird und so weiter. Allerdings eben auch, es sind sehr allgemeine Sachen, die da beschrieben werden. Da werden auch viele Definitionen grundsätzlich erstmal erklärt, zum Beispiel, was ein Rollenspiel ist, was ein Let's Play ist und so weiter. Ist, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen am Ziel vorbei, weil das richtet sich ja schon so ein bisschen an die Peatsmeet-Fans und so weiter. Ich glaube, niemand, der Peatsmeet noch nie gesehen hat, kauft sich dieses Buch und denkt, wow, cool, das Peatsmeet 1x1. Allerdings, die Leute, die Peatsmeet kennen, die kennen eigentlich auch die Definition. Alleine, ich habe jetzt mal hier eine Sache markiert. Da wird quasi erklärt, was eine Dating-Simulation ist. Und da ist eben einfach so, Simulation, Simulatoren sind besonders im Bereich der Transportmittel verbreitet. LKW, Flugzeug, Skateboard, Surfbrett. Man kann mit ihrer Hilfe aber auch zur Katze werden, virtuell nach der Titanic tauchen oder Schönheitsoperationen durchführen. Alles in allem gibt es wahrscheinlich zu jedem erdenklichen Umfeld, Hobby oder Instinkt eine Simulation. Und so weiter und so fort. Das ist jetzt nur ein Auszug. Aber das sind so Grundlagen, die da nochmal erklärt werden, wo ich mir halt denke, das wissen wahrscheinlich die meisten Leute, die es lesen. Vielleicht nicht alle, aber ein Großteil auf jeden Fall. Ja, und dann ist es eben so, man hat dieses Buch, ist eben aufgeteilt in Überkapitel. Jedes Kapitel widmet sich quasi einem der Mitglieder und ist einem Thema unterworfen. Bei Brammen, einem von den fünf, ist es eben so, der hat jetzt in letzter Zeit so Simulatorenzeug gespielt, so Dating-Simulationen und so weiter und so fort. Und sein Kapitel, aus dem ich eben auch gerade vorgelesen habe, richtet sich überwiegend an dieses Thema Simulatoren und so weiter und so fort. Bei jedem Kapitel sind auch Spiele mit dabei, was ich grundsätzlich gar nicht mal so eine verkehrte Idee finde, dass man da die Leute so ein bisschen an der Hand nimmt, ein bisschen bei der Stange hält mit lustigen Ideen. Allerdings sind die Spiele, also das Buch wirkt manchmal so ein bisschen auf mich, als wäre das wirklich auf Pete's Meet Fans ausgelegt, die Pete's Meet Fans sind, Pete's Meet aber kaum kennen. Und 10 Jahre alt sind maximal, weil es ist wirklich, also ich habe hier eins markiert, das ist jetzt im Kapitel von Jay. Ich zeige es euch gerade mal erstmal, wenn ich die Seite irgendwann mal aufgeschlagen habe. So, hier. Ihr habt so eine Art Brettspiel. Und jedenfalls geht es darum, zu würfeln, auf verschiedene Felder zu kommen und so weiter. Und da sind dann aber auch Felder wie folgendes dabei. Man kommt auf ein Feld. Volltreffer, super Schuss, dafür gibt Jay dir einen aus. Was du trinkst, entscheidet der Würfel. Und dann würfelt man halt und dann kommt halt raus entweder Coke Zero oder Sex on the Beach. Und das ist für mich irgendwie, vielleicht bin ich zu alt oder keine Ahnung was oder nicht genug in Jay verliebt. Aber ich würfel dann und dann kriege ich raus Coke Zero. Also, es gibt, ich weiß nicht, diese Spiele sind, wie gesagt, eine gute Idee. An mir sind sie leider so ein bisschen vorbeigeschossen, weil ich damit nichts anfangen konnte. Ganz offen gesagt. Also, ist natürlich auch nur meine Meinung. Wenn jetzt andere Leute sagen, wow, es war das tollste Spiel der Welt. Ich habe mit Jay eine Coke getrunken und so weiter. Fair enough, ist okay. Nur für mich war es jetzt wirklich überhaupt nichts. Was dann eben noch so eine Sache ist, dann gibt es für jeden Charakter in seinem Kapitel, oder für jeden, für jedes Mitglied, ein sogenanntes Lookbook, wo praktisch verschiedene Grimassen und Gesichtsausdrücke von denen sind und die dann mit so lustigen Sprechblasen und Bedeutungen versehen sind. Das habe ich jetzt auch mal bei Jay hier offen. Und da muss ich auch sagen, da würde ich mir manchmal wünschen, dass da ein bisschen mehr Mühe reinfließt. Ohne jetzt zu sagen, ey Leute, ihr macht nur Scheiße und so weiter. Ich meine, guckt euch meinen Kanal an, guckt euch deren Kanal an. Die sind tausend Level über mir, das ist mir klar. Aber auch viele Zuschauer von denen bemängeln immer wieder, dass die gleichen 20 Fotos immer wieder benutzt werden, um die Thumbnails daraus zu generieren. Und diese Bilder hier sind genau die gleichen Bilder. Das sind genau die gleichen Bilder, aus denen die Thumbnails gemacht werden. Und dann, weiß ich nicht, dann sind da halt auch diese Sprechblasen, die da dabei sind. Das ist so Bravo-Foto-Love-Story-Niveau. Also wirklich überhaupt nicht lustig. Zum Beispiel jetzt, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann. Moment, falsche Richtung. Da in der Ecke mit dem Pulli und der Kapuze. Macht einen dümmlichen Gesichtsausdruck. Die Sprechblase ist, mein Freund der Baum lebt. Mit diesem dümmlichen Gesichtsausdruck. Also ich hätte eigentlich, mein Freund der Baum lebt. Und das ist einfach so, da gucke ich kurz drauf und blätter dann weiter. Und das ist ja eigentlich in so einem Buch, so für die Fans und so weiter. Was wiederum eine ziemlich coole Sache ist, leider aber nur in einer einzigen Auflistung vorkommt. Die haben praktisch überall so ein bisschen die Links von den Videos mit dazu gepackt, wo man sich das eben anschauen kann und so weiter. Was erstmal eine ganz gute Idee ist. Aber, sie haben nur einmal in der erfolgreichste Videos-Liste von Jay, haben sie diese QR-Codes eingebaut, die man dann mit seinem Handy abscannen kann und dann praktisch direkt beim Video landen kann. Und das hätte man dann noch lustiger bei viel mehr machen können. Das ist natürlich bestimmt auch ein Riesenaufwand, das ist mir klar. Aber, dann sage ich mir halt entweder ganz oder gar nicht. So bei einer Liste ist es vielleicht ein bisschen mager. Das ist eine super coole Idee, ich finde es geil, dass ich das gemacht habe. Aber, entweder hätte man es dann ganz rausgelassen oder halt komplett durchgezogen. Wobei ich tatsächlich da so ein bisschen ausgeschlossen bin, weil ich zeige euch mal mein Handy. Das ist mein Handy. Und dementsprechend habe ich mit QR-Codes eh wenig am Hut. Zumal ich darauf nicht mal Internetflat habe. Ich habe das Ding einfach nur zum Telefonieren, SMS schreiben und Muck gehören. Ja, und so insgesamt. Ich habe das Buch jetzt mal durchgeblättert, vieles davon auch gelesen. Nicht alles, aber so den Großteil. Was ich zum Beispiel sehr toll fand, waren so Fotostrecken mit auch so ein paar unbekannteren Fotos. Also, ich schaue gerade mal, das hatte ich mir jetzt nicht markiert, aber vielleicht finde ich es gerade. Genau, hier sind so ein paar Kinder- und Jugendfotos noch mit drin und so weiter. Ich werde es jetzt nicht ewig in die Kamera halten und gucken, dass ich scharf stellen kann, weil erstens sollt ihr ja das Buch dann zumindest laut Pete's Meet dann schon kaufen und so weiter. Und ich will da jetzt nicht irgendwelche Copyrights verletzen, man weiß ja nie. Ja, also jedenfalls, ich muss sagen, das Buch kostet 9,99 Euro, sollte ich vielleicht auch noch dazu sagen. Ist für Fans eine schöne Sache, vorausgesetzt sie kennen sich eben nicht zu gut aus, weil wenn dann irgendwelche Sachen erklärt werden, schauen wir gerade mal, ob ich hier so auf Anhieb noch was finde. Ja, also zum Beispiel wird dann hier über das Let's Play Together Day Z beschrieben und nach bangen 27 Minuten rücken Peter die ersten Zombies auf den Leib. Gleichzeitig stand ihm die Gefahr, immer die Gefahr im Raum, dass feindliche Mitspieler einen abknallen und so weiter. Das sind Dinge, wenn ich das gesehen habe, dann weiß ich das alles. Das ist wirklich nichts Neues mehr. Und auch manche anderen Sachen, die da erklärt werden, wie gesagt, diese Dating-Sims, die da erklärt wurden, aber auch grundsätzlich Definition von Shooter-Games oder auch hinten war dann irgendwo noch eine Seite oder mehrere Seiten, wo so bestimmte Gaming-Begriffe erklärt werden und so weiter. Und für mich persönlich, das ist wie gesagt nur meine Meinung, war hier wenig drin, außer ein paar Fotos und der einen oder anderen Info, das mir nicht komplett bekannt oder bewusst war. Und deswegen hat es sich für mich nicht so ganz gelohnt, mir dieses Buch zu holen. Es ist schön zu haben. Ich muss auch sagen, auch wenn ich die Videos von denen regelmäßig gucke, ich würde mich nicht als Fan bezeichnen, also ich fahre nicht irgendwo hin, nur weil die da hinkommen. Ich habe die einmal auf der Gamescom getroffen. Da war ich, also erst war Peter da alleine, stand da in so einem Pulk von Menschen, da bin ich halt mal kurz hin, damals halt noch so gerade angefangen, deren Videos zu gucken, da war noch so Daisy gerade neu bei denen auf dem Kanal, bin halt hin, habe ihm so die Hand gegeben, ey, wollt euch nur mal sagen, ihr macht da einen guten Job und so weiter und so fort. Und am nächsten Tag hatte ich echt Schwein, weil da sind die, wer war das denn, ich glaube, Sepp, Hadi und Brammen waren das, die halt an mir vorbeigerannt sind, irgendwo durch die Halle. Und ich habe die so begrüßt, so hi und so weiter, da sind sie auch kurz stehen geblieben. Und da habe ich die dann kurz irgendwie darauf angesprochen. Hier habe Hadi gefragt, wie er eigentlich auf das Miau gekommen ist und er hat gemeint, ach, das kam einfach so. Habe dann Brammen gefragt, ob sie irgendwie Pläne haben, wie es mit Daisy weitergehen soll. Da hat er gemeint, ja, wir machen einfach mal, wir schauen mal. Und das war für mich so ein cooler Moment, aber ich würde jetzt nicht sagen, ich bin irgendwie ein riesen Fan oder sowas. Da finde ich zum Beispiel in meinem persönlichen Ranking von den Kanälen, die ich abonniert habe und die ich mir angucke, steht Hand of Blood momentan wesentlich höher. Ich finde Dalu inzwischen ein bisschen, also Dalu Card inzwischen ein bisschen cooler und witziger und so weiter. Begrüßt es auch sehr, dass er bei Pete's Meet da so viel dabei ist. Und bei Pete's Meet sind eben vom Kanal her viele Sachen, die mir gefallen, einige Sachen, die mir überhaupt nicht gefallen. Sowohl bei den Projekten als auch bei der Art, wie sie ihre Let's Plays machen. Aber das ist einfach nur Geschmack. Ich wette auch, genug Leute gucken meine Videos und denken, aber die haben nicht recht, ich habe nicht recht, jeder hat seine Meinung. Ja, und soviel zu dem Buch. Wie gesagt, es ist ein nettes Buch, es ist ein interessantes Buch, es ist ein Buch für Fans, die sich eben nicht zu gut auskennen. Und das ist eigentlich auch ein ganz gutes Fazit. Nettes Buch für Fans von Pete's Meet, die sich nicht zu gut mit der Materie auskennen. Ja, und ich glaube, mehr brauche ich eigentlich dazu zu sagen. Ich werde mal schauen, was ich als nächstes Projekt mache. Ich habe momentan einige gute Bücher gelesen. Ich lese jetzt gerade eins, was einigermaßen spannend ist. Aber ich will mal gucken, dass ich auch die Genres so ein bisschen mixt. Deswegen jetzt halt hier immer so ein Ausflug in so ein Sachbuch. Aber ich werde mal schauen, dass ich da aus meinem riesigen Bücherregal oder dem Bücherregal oder dem Manga-Regal irgendwas rausziehe, wo man sagen kann, hey, Abwechslung und so weiter könnte interessant sein. Vielleicht auch ein toller Geheimtipp, wie jetzt das Onkel Montagues. Aber da habe ich noch keine Ideen. Ich lasse es auf mich zukommen. Vielleicht fällt mir demnächst was Cooles ein. Ihr erfahrt es auf Facebook zuerst und spätestens dann, wenn das Video kommt, dann auch auf YouTube. Ja, dann würde ich sagen, mehr habe ich nicht zu sagen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ihr könnt gerne, falls ihr das Buch selbst besitzt, mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Würde mich echt interessieren. Und ja, dann einen schönen Tag noch. Bis demnächst. Ciao.